Herzlich Willkommen bei Gios Randori, dem Judo-Podcast von und mit Giovanna Scocciimaro. Mein Name ist Luigi Scocciimaro und ich bin der Co-Host und Bruder von Giovanna. Und wir möchten heute euch ein kurzes Update geben, und zwar auf den letzten Wettkampf, an denen Giovanna teilgenommen hat, und zwar war das in Tel Aviv Grand Slam oder Grand Prix, Giovanna? Hi erstmal von mir, ich bin Giovanna. Ja, das war ein Grand Slam, nicht wir möchten. Ich wollte vielleicht nicht zwingend, oder doch, ich habe es vorgeschlagen, aber ich dachte, das ist vielleicht ganz interessant von euch mal so zu hören, wenn man ja der Wettkampf nicht so gut lief und wie das einem damit so geht. Genau, also einfach ganz transparent wollen wir darüber sprechen. Vielleicht überrascht es jetzt die, die es mitbekommen haben, natürlich nicht, dass wir darüber nicht so viel reden können, weil es leider nur ein Kampf war, über den wir jetzt sprechen können. Aber ich glaube, das ist ganz cool, dass man auch darüber berichtet und einfach, dass ihr auch als Zuschauer im Geschehen dabei seid und auch aktuelle News bekommt. Und wenn euch das gefallen sollte, dann jetzt schon mal gleich abonnieren, folgen, teilen, liken, weiterleiten. Ja, weil ich glaube, das sind die wichtigsten Informationen. Und damit, Giovanna, kannst du, glaube ich, direkt starten. Woran hat sie gelegen? Ja, fragt man sich immer, woran hat sie gelegen? Ich habe absolut keine Ahnung. Also ich habe gerade das Gefühl, ich habe ja letztes Jahr auch schon beim Grand Slam Tokio gekämpft und beim Masters in Jerusalem und ich habe das Gefühl, dass ich in meinen alten Trott oder in meine alte Leistung nach der Verletzung nicht optimal wieder reinkomme. Deswegen, ich glaube, ja, nicht optimal. Ich weiß jetzt gar nicht, hast du den Kampf überhaupt, hast du den angeguckt oder hast du den nur im Nachhinein einfach so, ja, okay, so lange ging der? Nee, ich habe ihn mir tatsächlich nicht angeschaut. Ich muss auch überlegen, ich weiß gar nicht genau mal, wo man sich das angucken kann. Also ich weiß auf Ipon.org, da kann man ja quasi die Liste sich angucken. Ja. Aber man muss sich da anmelden und ich habe mich probiert anzumelden und ich kann mir dann den Live-Camp irgendwie nicht angucken. Keine Ahnung, was da nicht funktioniert. Gibt es Ipon.org noch? Ja. Ah, ja, weil es über die IGF, aber ich weiß jetzt nicht, wann, weil du musst ja, hast du es nicht mitbekommen, dass du bezahlen musst, wenn du jetzt Kämpfe, aber ich glaube, wenn man live schaut, muss man die Kämpfe nicht bezahlen. Okay. Aber sonst, wenn du die im Nachhinein gucken willst, musst du bezahlen. Aber Fun Fact, vielleicht erzähl doch mal, warum du meine Kämpfe nie guckst oder selten. Ja, ganz, ganz einfach. Ich gucke Giovannas Kämpfe nicht, weil ich weiß noch, den ersten großen internationalen Wettkampf, den Giovanna hatte, das war Europameisterschaft der Kadetten in Montenegro und meine Eltern. Schon über zehn Jahre her, heftig. Ja, und meine Eltern oder unsere Eltern. Ich bin adoptiert. Die wollten unbedingt, dass ich, ja, diesen Wettkampf, dass wir den live uns anschauen. Und da war ich eigentlich schon immer so, ja, nee, ich möchte das immer nicht gucken, weil, weiß ich nicht, woher das gekommen ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall hat Giovanna da gekämpft. Er hat den Kampf gehabt, hat den verloren leider und ist rausgeflogen. Dann habe ich mir gesagt gehabt, ich gucke das nie wieder live. Und beim nächsten Mal hat sie dann, habe ich da nicht live zugeguckt. Und dann hat sie dann ein gutes Ergebnis gehabt. Und seitdem, ja, wir als Sportler sind ja so ein bisschen mit, ja, wie heißt das? Aberglaube, Aberglaube. Genau, mit Aberglauben, so ein bisschen geistig eingeschränkt. Und seitdem mache ich es nicht, weil es eigentlich gute Ergebnisse immer gebracht hat seitdem. Und bei Fede war das, glaube ich, als ich 2017 bei der EM in Polen gekämpft hatte. Da hat er, glaube ich, auch vorher die ganze Zeit nicht geguckt. Und dann im Finale, und dann hatte ich auch verloren. Seitdem guckt er, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, siehst du, das ist eben, das sollte man vielleicht nicht machen. Naja, also auf jeden Fall habe ich es nicht geguckt. Aber unsere Eltern gucken noch, das weiß ich. Ja. Wenn sie es finden. Ja, genau. Aber meistens, Mama findet das immer ganz gut, glaube ich. Nee, aber gut. Und ja, erzähl vielleicht mal, wie der Wettkampf lief. Also, du hattest ja leider nur den einen Kampf gegen Pinot aus Frankreich. Wo man natürlich aber auch sagen muss, die ist am Ende auch Erste geworden. Also hat das natürlich gleich das eigentlich Schlechteste los an dem Tag. Aber erzähl mal, wie der Kampf so lief, wie du reingekommen bist. Und ja. Ja, ob das das Schlechteste los war, kann man ja drehen und wenden. Ich meine, hätte ich den Kampf gewonnen, wäre es vielleicht für sie auch das Schlechteste los gewesen. Aber wäre auch die Frage, ob ich dann am Ende so weit gekommen wäre. Dann noch herzlichen Glückwunsch natürlich an Miri. Die hat leider im Finale auch gegen Margot Pinot verloren aus Frankreich. Aber trotzdem einen starken zweiten Platz gemacht. Und dann hat Igor, Igor Wandgaard, noch den zweiten Platz gemacht. Und Timo Cavelius bis 81 Kilogramm den dritten. Also die haben auch mega, mega stark alle an dem Tag gekämpft. Ja, ich hatte ja relativ früh, war ich dran. Also ich hatte den fünften Kampf und bin dann auch mit meinem Trainer Miguel. Irgendwie erwähnen wir Miguel richtig oft, kann das sein? Na gut, was willst du machen, wenn das dein Trainer ist, ne? Er schreibt bestimmt in die Kommentare, ich bin so ein guter Trainer. Und wir haben den Kampf vorbereitet. Ich musste vor fünf Jahren, glaube ich, schon mal in Tokio gegen sie kämpfen. Und wir hatten uns den Kampf angeguckt und dann auch die Taktik rausgesucht. Also ich muss über die Rechtsauslage anfangen, dann mit meiner rechten Hand ans Revers. Beziehungsweise auch, wenn es geht, mit der linken Hand ihre rechte Hand anfangen und an ihren Ärmel rankommen. Achso, wenn ich weiß, was ein Revers ist beim Judoanzug, kann man das am besten erklären. Also wir haben ja die Judojacke. Genau. Und das Revers ist eigentlich quasi, das ist ja wie so ein Bademantel, wird es ja häufig gesagt gehabt. Leider, aber es ist ein Kimono. Genau, es ist ein Kimono, aber für die, die jetzt kein Judo machen sollten, was, glaube ich, die wenigsten sein sollten, die zuhören. Ja, das ist ja quasi, wenn man diesen Bademantel hat, dann ist es quasi das letzte Teil, was quasi, bevor dann die Brust kommt. Wieso es so genannt wird, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht irgendwas aus dem Japanischen, müssen wir mal gucken. Also auf jeden Fall, die ganze Zeit in der Rechtsauslage stehen, maximal parallel, Linksauslage sollte ich vermeiden. Dann rechte Hand an ihre Wehr, beziehungsweise ihre rechte Hand mit meiner linken Hand abfangen und kontrollieren. Auf Zug nehmen und selber mit Ochigari, also mit einer Innensichel arbeiten und Ochigari mit Osotogari kombinieren. Eine Außensichel, ist doch Außensichel Osotogari, oder Kochigari, ich weiß nicht, was Kochigari, wie man das am besten beschreiben kann. Und Ogoshi, das ist ein Hüftwurf. Oder Kozoto, wo ich hinter ihr rechtes Bein gehe und dann eine De-Ausschieberei, also De-Ausschieberei ist quasi auch eine Fußtechnik damit. Das war meine Taktik, weil ich, als ich das letzte Mal gegen sie gekämpft habe, stand ich in der Linksauslage, dann hat sie einen Kochigari gemacht und ich bin umgeplumpst, wie jetzt auch. Und das war, wie gesagt, erstmal die Taktik, aber es hat sich dann während des Kampfes nicht so einfach erachtet, diese Taktik umzusetzen. Also ich war irgendwie auch wieder super nervös, hatte nach dem Aufwärmen, hatte ich auch irgendwie so Herzrasen, mein Puls hatte sich gar nicht beruhigt. Ich bin dann auch zu Miguel und habe gesagt, ich habe so einen krassen Puls, mein Herz schlägt die ganze Zeit so heftig. Und er ist ja mit mir mal kurz raus, haben kurz ein paar Atemübungen gemacht. Und er so, okay, jetzt konzentrier dich. Ich so, okay. Und dann mussten sie eigentlich auch schon los zu den Katakomben. Ja, das war so die Vorbereitung und der Status zu dem ersten und letzten Kampf. Ja, okay. Aber du hast ja dann, als du gekämpft hast, ihr seid ja bis ins Golden Score gegangen. Und im Golden Score, meine ich, hat sie dich, hat sie mit Vasari oder Ippon am Ende das entschieden? Ippon, Ippon. Okay. Und wie hat es sich dann geworfen? Ja, auch wieder mit dem Coachigari oder Coachigake. Das Problem war, ich hatte relativ früh, habe ich einen Shido gekriegt für Weghalten des Ärmels. Ich glaube, nach 30 Sekunden oder so. Und ich habe mir den Kampf jetzt auch nochmal angeguckt gehabt gestern. Und ich fand, sie hätte eigentlich auch Shidos kriegen müssen für einseitig. Weil sie ist halt immer so, mit der rechten Hand ist sie an meinen... Auf meine rechte Seite. Ja. Oder? Von deiner Sicht rechts, ja. Ja, genau. Also damit sie das so ein bisschen blockiert, damit sie hier reinkommt und meine rechte Hand abfangen kann. Damit ich mit meiner rechten Hand nicht in den Nacken oder an ihre Hüfte komme. Weil wir wussten, wenn ich nah an sie rankomme, auch als wir uns andere Kämpfen noch angeguckt hatten, ist es einfacher, sie zu werfen. Und ich glaube, das wusste sie. Und deswegen hat sie mich versucht, auf Distanz zu halten. Und ich bin super schwer an sie rangekommen. Das war richtig, richtig heftig. Und es gab so ein, zwei Aktionen. Das war gar nicht so schlecht, als ich an sie rangekommen bin. Aber das konnte ich halt die ganze Zeit nicht umsetzen. Hab man, wie gesagt, den ersten Shido für weghalten gekriegt. Und als wir dann... Ich weiß, ich glaube, sie hatte keinen Shido gekriegt. Und als wir dann im Golden Score waren, habe ich, glaube ich, nach zweieinhalb Minuten, habe ich dann nochmal einen Shido gekriegt für einen Force Attack, also für einen falschen Ansatz. Und ich habe auch schon während des Kampfes immer meine Auslage gewechselt, weil ich habe gesehen, sie stand erst links. Und dann wollte ich meinen Griff über rechts holen. Das hat dann nicht geklappt. Dann standen wir beide links, links. Und da konnte ich das immer noch abwehren. Und dann hatte ich meinen zweiten Shido. Und dann war ich so, okay, du musst jetzt in Aktion treten. Dann stand ich auch links. Und dann hat sie mich genau geworfen wie schon einmal. Und ich dachte mir so, nein, das kann so jetzt nicht sein. Und ich war so genervt. Ich war so sauer in dem Moment. Ja. Ja, also das ist natürlich immer beim Judo. Kleine Unterschiede machen dann da wirklich den Sieg am Ende aus. Und das ist natürlich extrem schwierig, auch auf diesem Level. Man muss, glaube ich, auch fairerweise dazu sagen, du hast jetzt den dritten großen Wettkampf gehabt. War das jetzt? Und ich glaube, es ist vollkommen klar, dass wenn man quasi ein Jahr eine Pause hatte und aufgrund von Verletzungen, dass man da natürlich erstmal ein bisschen Anschluss braucht. Ja, und warum Joanna natürlich jetzt vielleicht auch gegen eine aus meiner Sicht wirklich auch an dem Tag mit am stärksten Gegnerin gekämpft hat, ist einfach dem geschuldet, dass sie jetzt einen ja keine Punkte für die Rangliste sammeln konnte und deswegen dann natürlich entsprechend nach unten gerutscht ist und dann gleich eine starke Gegnerin hatte. Und da muss ich natürlich jetzt sagen, als großer Bruder, da muss man natürlich jetzt erstmal reinkommen, sich ein bisschen durchbeißen, da wird es auch Wettkämpfe geben, wo du dann in die Platzierung reinkommst und dann kommt man langsam hoch in dieses Ranking. Und wie Joanna schon auch gesagt hat, so dieser erste Kampf ist man immer sehr nervös und so und vor allem, wenn man dann auch gleich einen sehr, sehr starken Gegner hat, dann ist man noch nervöser. Und es ist ja häufig so, dass man erstmal reinkommen will und ich glaube, das hilft dann natürlich, wenn man dann auch im Ranking weit oben ist und dann erstmal im ersten Kampf jemanden hat, der vielleicht nicht so das allerstärkste Ranking hat, obwohl es auch da natürlich auf dem Level keine Garantien gibt für Siege. Ja, also ich weiß, das hattest du mir auch schon gesagt, aber das ist so schwer, das einfach aus dieser Perspektive zu sehen. Also ich kann es einfach nicht. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin dann ja mit Miguel von der Mathe gegangen und ich glaube, ihn hat es auch hart getroffen, dass ich halt den Kampf verloren habe, weil es halt so ärgerlich ist oder auch ärgerlich war. Und wir sind dann erstmal, ich wollte nicht weinen, aber ich konnte nicht anders. Ich habe dann einfach wie ein Schlosshund erstmal geweint und dann hat Miguel auch erstmal auch versucht, mich zu beruhigen und zu sagen, ey, mach dir keinen Stress, mach dir keinen Kopf. Und ich so, doch, es läuft einfach nicht an und das ärgert mich, weil ich das Gefühl habe, es gibt manche andere Athleten, die sind verletzt und die sind raus und die kommen wieder und die holen direkt ihre Medaillen. Und ich denke mir so, Alter, natürlich, ich bin deutsche Meisterin geworden und ich bin auch froh, dass es geklappt hat und das ist alles gut und das zeigt auch auf jeden Fall, dass mein Judo nicht weg ist. Das ist jetzt vielleicht Meckern auf hohem Niveau, aber es ärgert einen, dass man international diesen Anschluss nicht findet, weil es geht jetzt auch für mich darum, dass ich mich für die Weltmeisterschaft qualifizieren muss und wenn ich keine Platzierungen oder auch keine Punkte sammle, kann ich mich für die Weltmeisterschaft nicht platzieren oder nicht qualifizieren. Auch sehr, sehr wichtig, weil bei der Arbeit hatten mich viele angesprochen, ja, du bist jetzt Deutschmeisterin geworden, kannst jetzt nicht zur EM oder WM fahren. Ein deutscher Meistertitel, ich will das jetzt nicht melern, aber der sagt, der ist schon wichtig, aber der hat bei uns mit EM oder WM oder Olympischen Spielen hat der gar nichts am Hut. Also bei uns sind wirklich die Grand Slams und Grand Prix wichtig, weil wir uns damit für Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und die Olympischen Spiele qualifizieren. Deutsche Meisterschaft ist halt jetzt so ein, kann man sagen, nice to have. Ja gut, also ich sage mal so, dass man sich erstmal zeigt, dass man dann auch berücksichtigt wird für weitere Turniere. Das ist natürlich schon wichtig, aber natürlich muss man, wie du schon gesagt hast, natürlich bei den internationalen Turniere die Punkte sammeln, damit man dann da in den Rankings auch weit oben ist, damit man auch für diese hohe Punkte auch berücksichtigt wird. Das ist natürlich ganz klar. Aber wie gesagt, wenn man sich das anguckt, jeder muss erstmal starten. Es ist keiner, der beim Judo in die neue Kategorie kommt und das hattest du ja auch schon, oder das hat jeder Judo-Karier hinter sich. Das hast du auch irgendwie geschafft. Und ich bin da eigentlich relativ tiefenentspannt. Ja, das ist eben jetzt ein Tag. Und ich meine mal so, du wurdest jetzt nicht innerhalb von einer Minute verprügelt, wie sonst was, sondern hast eben mitgehalten. Und wenn du das jetzt verglichen hast mit anderen Judo-Kars, ich will jetzt das nicht aufwerten, aber am Ende des Tages ist 70 Kilo Frauen schon eine sehr kompetitive Gewichtsklasse. Wenn man jetzt guckt, Pino ist jetzt Erste geworden. Bei Olympischen Spielen zum Beispiel ist sie gleich in ihrem ersten Kampf rausgeflogen. Ja. Bei den letzten Weltmeisterschaften, wenn ich mich jetzt nicht richtig täusche, ist Svetko aus Kroatien Erste geworden. Die ist auch gegen Pino. Zweite. Zweite. Kroatic hat gewonnen. Das war ein kroatisches Finale. Genau. Und die ist ja auch gegen Pino vorzeitig auch rausgeflogen. Ja, diesmal hat Pino gegen sie gewonnen. Ja. Und da sieht man einfach, dass es eben so extrem knapp ist. Und man kann gar nicht genau sagen, wer kommt jetzt an einem Wettkampf weit und ist da weit vorne. Und das ist natürlich dann auch extrem schwierig. Also von daher ist das vielleicht zu vergleichen mit anderen immer schwierig. Sollte man sowieso nicht machen aus meiner Sicht. Also von daher auch bei der letzten Olympia-Qualifikation hat man ja gesehen gehabt, dass du innerhalb von einem relativ kurzen Zeitraum, den du ja nur hattest, wir hatten das ja damals in der zweiten oder dritten Folge auch besprochen gehabt, viele Punkte gesammelt hast. Und ich sage mal so, bis 2024, da vergeht noch einige Zeit. Und da sollte man das jetzt nicht überbewerten. Das nächste Turnier steht ja auch schon bald wieder an. Also von daher wieder ein neuer Tag, um es besser zu machen. Ja, das stimmt. Aber am Ende des Tages, man ärgert sich trotzdem so sehr und denkt so, ey, wie wäre das, wäre ich weitergekommen? Gegen wen hätte ich gekämpft? Hätte ich gegen die Leute auch so gut gekämpft? Man will einfach wieder viel, viel, viel mehr Kämpfe haben. Das ist einfach ein, was so sehr ärgert. Und Miguel und du, ich habe tatsächlich so ein bisschen die gleiche Sicht und die gleiche Rangehensweise, was das angeht. Ich glaube, ich bin nur diejenige, die sich davor ein bisschen verschließt und das gerne anders hätte. So wie immer oder häufig. Aber dann ist halt auch so nervig. Ich hatte ja den fünften Kampf und Kampfbeginn war um 10 Uhr. Und dann war ich halt schon an dem Tag um 10.30 Uhr durch. Und dann bist du halt die ganze Zeit in der Halle, weil ich kann dann auch nicht schon ins Hotel fahren, weil es sind noch so viele drin und ich will dann zugucken und die anderen Kämpfe sehen. Und ja, ob ich jetzt im Hotel bin und nichts mache oder in der Halle. Und dann guckt man natürlich auch, da habe ich geguckt, okay, wie weit kommt Miri? Und Miri war dann ja auch am Ende des Tages noch im Final Block. Dann möchte ich ja auch da sein und mich mit ihr warm machen, damit sie halt auch jemanden hat, mit dem sie sich warm machen kann. Und ja, habe mir dann alle Kämpfe angeguckt, auch die ganzen Kämpfe von Pinot den Tag über. Und war mal so ein bisschen, boah, jetzt haben die anderen sie. Und dann hat sie es immer noch gewendet, immer noch das Blatt gewendet. Und ich weiß auch gar nicht, ich glaube, den Großteil der Kämpfe hat sie auch eigentlich echt über Shidos auch dann nur gewonnen gehabt, weil sie vielleicht nicht unbedingt die Wurfabsicht hatte, aber einfach nur in dem Moment einfach aktiver aussah. Also es war auch gegen Miri so. Es gab schon so ein, zwei Szenen, wo man war so, boah, krass, jetzt hat sie Miri gut drauf. Aber es war halt eher so, einfach nur diese Shidos sammeln und den Kampf gewinnen. So hat es zumindest auf mich gewirkt. Also da hat ja jeder auch eine andere Sicht. Aber das ist dann manchmal so schade, wenn Leute nicht versuchen, wirklich werfen zu wollen, sondern einfach nur, ja, ich bringe das jetzt hier rüber und ob ich jetzt mit Shidos gewinne, reicht mir. Ja gut, aber Pinot, muss man auch sagen, ist natürlich auch schon erfahrene Athletin. Und das macht dann vielleicht auch den Unterschied. Und am Ende des Tages interessiert da keinen, was für einen schönen Wurf man gemacht hat, sondern ob man da am Ende gewonnen hat. Und ja, das ist dann leider so. Also was heißt leider so? Es ist auch ein, kann man technisch rangehen oder taktisch rangehen. Und das ist auch auf jeden Fall eine Kunst, sich dann da auch auf dem Level auch abgebrüht zu zeigen. Also von daher, ja, Glückwunsch auf jeden Fall für die, die da weit gekommen sind. Ich glaube, damit reicht ja auch schon quasi der Rückblick so ein bisschen, weil, wie gesagt, so viel konnten wir da nicht drauf eingehen. Ja. Wenn euch das auf jeden Fall interessiert und ihr weitere solcher Rückblicks von Giovanna sehen wollt zu aktuellen Turnieren, wir machen gleich noch weiter, keine Sorge. Dann lasst uns das auf jeden Fall gerne wissen. Schreibt uns. Wir lesen wirklich alles dazu. Und lasst uns das auf jeden Fall wissen. Und wir haben zum Beispiel auch Kommentare bekommen, ja, wie ist denn zum Beispiel die Stimmung im deutschen Team? Das sieht immer so harmonisch aus. Und ich glaube, Giovanna hat was sehr Schönes gesagt gehabt. Giovanna ist in der Halle geblieben, auch wenn sie sich in dem Moment, glaube ich, kann man sagen, Kacke gefühlt hat. Hat sich mit Miriam weiter warm gemacht. Wie dieser Emoji von WhatsApp, so habe ich mich gefühlt. Genau. Der Kackhaufen. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen. Und das ist, glaube ich, auch Judo, was das ausmacht, dass man dann füreinander trotzdem da ist. Und ja, für Team Deutschland auf jeden Fall auch ein schöner Erfolg, dass dann trotzdem eine Silbermedaille da nach Hause gekommen ist. Genau. Was ich dazu noch sagen möchte, also wie gesagt, wir versuchen wirklich eure Nachrichten zu lesen, rechtzeitig zu beantworten. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, wo ihr sagt, ey, das wollen wir unbedingt wissen, was du an deinem Wettkampftag machst oder was du isst. Ich weiß ja nicht, was euch da interessiert. Schreibt uns einfach. Schreibt bei YouTube in die Kommentare oder schreibt adgiosrandori und stellt einfach ein paar Fragen. Dann können wir auch dazu eine detaillierte Folge einfach mal machen. Vielleicht auch, wenn der Wettkampf mal ein bisschen besser läuft. Wovon wir jetzt erst mal ausgehen. Ja, genau. Ich wollte noch mal kurz ein bisschen das erwähnen. Mir selber anscheinend Salz in die Wunde streuen. Nee, aber zu dem Wettkampf per se haben wir jetzt nichts mehr, aber zu dem ganzen Drumherum vielleicht noch die eine oder andere Information. Giovanna ist verspätet quasi geflogen. Also ist diesmal nicht ihre Schuld gewesen. Ja, wieso diesmal nicht meine Schuld? Ja, ab und zu Zeitmanagement, aber das ist ein anderes Thema. Aber erklär uns mal, Giovanna, was da passiert ist auf der Hinreise und am besten ohne die Namen zu nennen von irgendwelchen Beteiligten, die in Schlangen hinter oder vor dir standen. Also um das jetzt noch mal ganz kurz zu erwähnen, ich habe noch keinen Flug verpasst. Ich habe vielleicht schon mal einen Zug verpasst, aber es hat sich immer alles geregelt. Ein Flug noch nicht. Ja, es war ein bisschen blöd, vielleicht wie einige das mitbekommen hatten. Es gab gewisse IT-Probleme bei der Lufthansa. Ich glaube, den Namen kann ich ruhig erwähnen, weil es war jetzt kein Geheimnis, ist rausgekommen. Angeblich war irgendwie Baggerarbeiten von der Deutschen Bahn und da wurde ein Kabel beschädigt. Wie auch immer das möglich ist, keine Ahnung. Und ich bin zusammen mit Igor geflogen und ich weiß jetzt nicht, ob ich bei Igor ins Detail gehen darf, wie viel er drüber hatte. Das kann ich mir jetzt einfach nicht anmaßen. Wenn wir ihn vielleicht mal irgendwann einladen, kann er noch über selber sprechen. Ich weiß auf jeden Fall, ich bin losgeflogen. Ich hatte noch anderthalb Kilo drüber. Ich wusste, am nächsten Tag ist Waage. Alles entspannt, schwitzern, Zug hast du alles dabei. Gewicht geht easy runter, kein Problem. Und sind wir erst nach München geflogen und von München sollte es weitergehen nach Tel Aviv und dann sind wir schon in München und warten und warten, dass unser Flieger endlich geht. Ja, wird angesagt, es ist ein bisschen Verspätung. Ja, okay, kein Problem. Und dann sagt Igor so zu mir, ja, von Miri und Alex wurde der Flug gecancelt. Und ich so, hä, wieso denn? Ja, die fliegen aus Frankfurt. Dann hat Igor sich direkt schlau gemacht, so wie eigentlich immer. Und dann, ja, das halt diese IT-Probleme dann so erwähnt. Und ich so, boah, krass, wenn mal dieses ganze System nicht funktioniert, alles direkt out of order. Und das ist eigentlich heftig, oder? Wenn diese ganze Elektronik nicht geht, was alles passiert. Was passiert zu machen, ne, in der heutigen Zeit? Ja, aber es ist so unvorstellbar. Findest du nicht? Ich finde es so heftig. Ich kann mir das schon vorstellen. Also, ich sage mal so, jetzt mit den Geschichten, dass ja im letzten Jahr auch über so Blackouts und sowas gesprochen wurde. Das ist schon ein kritisches Thema. Also, von daher, klar, wenn es keinen Strom gibt, also, wenn ich jetzt gucke, was wir hier alles gerade mit Strom machen, ist schon wichtig, ne? Ja, ja, klar. Aber, also, es war echt alles out of order. Und ich sage noch so, ja, okay, der Flug ist gestrichen, aber vielleicht kommen wir ja heute noch an. Und ich glaube, das war dann schon dieses richtige Karma, was einfach direkt gekommen ist, weil die dann erst gesagt haben, ja, erst haben die gesagt, der Flieger ist verspätet. Dann haben die gesagt, ja, ungefähr in 20 Minuten kommen die. Und 10 Minuten später, ja, uns ist aufgefallen, es gibt keine Crew für diesen Flug. Der muss jetzt leider gecancelt werden. Und ihr müsst dann bitte an den und den oder an die Infoschalter, damit ihr gucken könnt, was gemacht wird. Und wir so, nein. Okay, Igor, wir direkt los. Igor hat direkt versucht, das Reisebüro Uwe Menz anzurufen. Darüber werden unsere Flüge immer gebucht. Und ich dann direkt straight los, dass wir an diesen Schalter kommen. An diesem Schalter schon eine riesige Schlange. Wirklich. Wir standen da anderthalb Stunden oder so. Also wir haben uns echt die Beine im Bauch gestanden. Und ja, alle möglichen Leute halt dort. Also vor uns auch eine Familie mit einem Kind. Hinter uns so ein älteres Ehepaar, was vielleicht in Urlaub fliegen wollte. Keine Ahnung. Und wir stehen dann da auch so, warten. Und das ältere Ehepaar, der Mann hinter uns, der hat halt immer die ganze Zeit Anrufe gekriegt. Und der wurde schon umgebucht. Und die haben auch gesagt, wenn ihr umgebucht wollt, dann geht bitte zu euren umgebuchten Flügen. Dann müsst ihr hier in dieser Reihe nicht stehen. Und wir haben schon die ganze Zeit geguckt, auch versucht, Uwe Menz zu erreichen, das Reisebüro. Und dann hat auch eine Frau gesagt, wo wir dann endlich mal durchgekommen sind, ey, der Uwe, der ist gerade in einer Besprechung, der ruft euch zurück an. Der kann gerade nicht. Also ich glaube, es muss das heftigste Chaos gewesen sein, was es gibt. Und dann hat sich das Ehepaar vor uns schon aufgeregt, dass der Mann hinter uns die ganze Zeit so laut telefoniert hat. Und der hat halt die ganze Zeit auf Lautsprecher telefoniert. und wurde dann auch umgebucht und hat so versucht, mit jedem so ein bisschen in Kontakt zu treten. Ja, fliegt ihr denn auch nach Tel Aviv oder wir läuft denn das bei euch? Dann hat sich noch irgendeine Frau vorgedrängelt und es haben sich richtig viele aufgeregt und der auch. Und er ist dann direkt dahin und wollte die ganze Zeit so diskutieren. Und er denkt so, ey, wir haben gerade alle das gleiche Problem. Bleibt doch einfach ruhig. Bleibt in der Schlange. Wenn wir alle ruhig bleiben, dann ist es doch viel einfacher, als wenn wir jetzt hier einen großen Aufstand machen. Nee, das hilft es auf keinen Fall. Am besten jeder kreuz und quer. Alle direkt, wir wollen hier raus. Und er hat sich dann zum Glück irgendwann später auch ein bisschen beruhigt. War halt so ein bisschen so, ja, da merkt man halt auch, was mit Leuten passiert. in so einer Situation. Also es war halt auch blöd, weil das fand ich so ein bisschen schade, weil er wurde umgebucht über Istanbul und das ist ja gerade so in der Türkei. Also, ja, ich will jetzt nicht sagen, wir beten, weil ich bin selber nicht gläubisch, aber ich hoffe, dass es dort allen Leuten gut geht und dass es gut geholfen wird. Und ich sage jetzt mal so, wenn ihr spenden könnt, dann spendet, auch wenn es nur Anziehsachen ist und gebt die richtigen Sachen dahin. Ich hoffe, wir können damit irgendwas bewegen und hoffe, dass es den Leuten gut geht. Aber dann finde ich es halt so schade, wenn der Mann umgebucht wird und über Istanbul fliegen muss und sagt, ja, nee, über Istanbul will ich nicht fliegen. Wo ich mir so denke, so ey, erst mal hat das mit dem Erdbeben, mit der Situation an sich nichts zu tun. Man kann aus dem Land rausfliegen und reinfliegen und die Leute können nichts dafür. Es ist da gerade schon schlimm genug und ich will das fast jetzt auch nicht weit aufreißen, aber man denkt sich in dem Moment so, Alter, so, es sei doch dankbar, dass sie eine Alternative angeboten wird, dass du eigentlich den Stress gar nicht hättest, hier stehen zu müssen, dass du nicht zum Wettkampf musst, so wie wir. Und wie gesagt, nach anderthalb Stunden waren wir dann auch endlich in der Schlange und wir wurden dann umgebucht über Wien und von Wien sind wir dann weiter geflogen nach Tel Aviv. und als wir dann in Tel Aviv angekommen sind um ein Uhr morgens, war unser Gepäck nicht da. Das natürlich, wenn du in deinem Gepäck deinen Schwitzanzug hast, mit dem du abnehmen wolltest und nur die Sachen anhast, die du anhast, ja, könnt ihr euch vorstellen, wie das ist. Wir sind dann direkt zu Lost and Found gegangen, also Igor hat geguckt, ob unsere Taschen ankommen, ich bin zu Lost and Found gegangen, musste da auch noch eine halbe Stunde oder länger warten, dann waren wir da dran, haben auch gesagt, ey, wir haben morgen Wettkampf, das wäre echt cool, wenn das klappen würde. Sogar die, die uns abholen musste, ist sogar reingekommen, weil sie sich schon Sorgen gemacht hat, dass vielleicht irgendwas passiert ist, hat uns dann auch noch gedolmetscht und versucht zu unterstützen und gesagt, ey, ich kann meine Daten angeben, weil wir hätten das halt selber nicht abholen können, das Gepäck, also Waage ist halt auch nicht mehr um 18 Uhr, sondern war um 16 Uhr, danach haben wir direkt Anzugkontrolle und waren dann, am Ende des Tages war ich im Hotel um 3 Uhr 30 und ich wäre eigentlich um, in der Nacht und ich wäre eigentlich um 16 Uhr da gewesen und das war so ein Chaos, dass ich dann so spät da war. Das war heftig, das hatte ich wirklich noch nie, dass mein Gepäck nicht angekommen ist. Aber glücklicherweise hat er am nächsten Tag dann Eduard Trippel die Sache mitgenommen. Genau. Shoutout erstmal an Eduard Trippel und an Igor Wandke, dass er da auch viel gemanagt hat. Ja. Und du musstest ja dann trotzdem ein Gewicht machen. Wie lief das, Giovanna? Also shoutout auch auf jeden Fall an Igor, weil er hat das irgendwie herausgefunden oder wusste das, dass Eduard mit dem gleichen Flieger kommt wie wir und wir haben dann auch schon gesehen, so ja okay, unser Gepäck müsste theoretisch mit dem Flieger kommen, mit dem wir eigentlich geflogen wären, nur einen Tag später und hat Eduard Bescheid gesagt, so ey Giovannas Tasche ist auch mit dabei, nimm die auch mal bitte mit, also danke Igor. Sonst weiß ich nicht, sonst wäre meine Tasche vielleicht immer noch am Flughafen. Lost and Found. Und ich habe dann schon vorher organisiert, habe Miguel geschrieben, ey Miguel, kannst du mir vielleicht ein, zwei Anziehsachen geben, die ich dann überziehen kann? Habe Pauli geschrieben, hast du einen Schwitzanzug dabei, kann ich mir den ausleihen? Sie so, ja klar, Karte gebe ich an Igor, Schwitzanzug auch, wenn du noch irgendwas aus meinem Zimmer brauchst, nimm dir das einfach. und ich schon so, boah, okay, gut, danke, aber dann kommst du erst mal im Hotel an, okay. Ich habe jetzt einen Pulli an, meine, ein paar Socken, was ich anhabe, meine Unterhose, die ich anhabe, mein BH, den ich anhabe, eine Hose, zum Glück eine Jogginghose, zum Glück keine Jeans und natürlich nochmal Schuhe und meine Jacke. Und dann hatte ich halt noch meine Judo-Anzüge dabei und ich bin so froh, dass ich sie ins Handgepäck gepackt habe, weil ich habe erst überlegt, packst du normal in die Tasche, nee, mach mal lieber ins Handgepäck, du steigst um. Ey, das wäre auch noch Chaos gewesen, aber auch da, danke an Miguel. Er hatte das nicht verstanden, er dachte, ich habe meine Anzüge auch in der anderen Tasche und hat für mich schon Anzüge organisiert gehabt. Also, danke Miguel. Und habe dann, bei Miri ist die Tasche nämlich auch nicht angekommen, also wir waren zwei richtig, sie hatte aber mitgedacht und hat ihren Schwitzanzug ins Handgepäck gepackt und ich habe dann den Schwitzanzug von Pauli angezogen, der mir relativ gut gepasst hat, habe dann meine Socken genommen und weil ich kein vernünftiges Schuhpaar hatte, um damit laufen zu gehen, bin ich dann einfach so auf dem Laufband laufen gegangen. Wie der letzte Mensch. Wie der letzte Mensch, aber mein Gewicht musste runter, was soll ich machen? Ich hätte mich jetzt auch auf diesen Stepper und so stellen können, aber ich war so, ja okay, komm mit Laufband, das ist am einfachsten, da geht es gut runter, dann machst du das einfach. Ich habe meine normale Jacke dann genommen, die dann auch übergezogen, um noch nachzuschwitzen und ja, dadurch, dass ich halt auch nur eine Unterhose hatte und nach dem Schwitzanzug ist alles nass, Unterhose erst mal gewaschen und dann haben wir das über eine Lampe gehängt, damit das bis zur Waage trocken ist. Hat relativ gut geklappt, aber ey, es war so ein Chaos. Das war heftig. Aber Gewicht hat glücklicherweise gepasst ja am Ende und Ja, ich hatte, habe ich das gesagt, 78 hatte ich morgens, als ich wach geworden bin. Also war gut, war nicht so viel zum Abschwitzen. Ne, aber das ist ja schon mal gut, es ist ja dann am Ende doch alles angekommen und wie wie häufig im Leben klären sich die Sachen dann doch noch von alleine beziehungsweise mit ein bisschen Zutun, aber meistens wird da noch alles gut. Dann ja, wie gesagt, Wettkampf und naja, auf dem Rückweg hatte ich das Glück des Reisegotts auch nicht gerade geküsst. Da gab es auch Verzögerungen, ja? Ja, also ich wurde dann 3.15 Uhr gegen morgens meinen Shuttle aus dem Hotel. Also ich habe je nach zwei Stunden geschlafen, weil ich halt erst auch um Mitternacht im Bett war, Miri und ich hatte uns noch unterhalten oder ich glaube sogar noch später bin ich erst eingeschlafen und wurde dann abgeholt um 3.15 Uhr, bin um 3.00 Uhr aufgewacht oder tatsächlich bin ich sogar vor dem Wecker wach geworden, weil ich wahrscheinlich Angst hatte, ich verschlafe, weil es vielleicht auch nicht ungewöhnlich gewesen wäre bei der Reise und bin dann zum Flughafen gebracht worden. Der Flug ging planmäßig, da musste ich halt echt nur richtig, richtig lange in dieser Schlange stehen, bis ich rangekommen bin und dann auch noch bei der Sicherheitskontrolle. Das war ein bisschen öde und bin dann nach München geflogen, aber auf dem Rückflug war ich alleine, weil Igor weitergeflogen oder weiterfliegt nach Japan und hatte dann in München auf einmal so einen langen Aufenthalt, weil der Flieger stand schon die ganze Zeit da und ich war schon so, okay gut, der Flieger ist wenigstens schon mal da und da kann nichts passieren und der Flug hat sich immer weiter nach hinten verzogen. Ich dachte mir so, das kann es doch gerade nicht sein, verzieht sich immer weiter nach hinten, noch weiter, noch weiter. Dann ging es auf einmal, dass wir aufgerufen worden sind und dann saßen wir alle im Flieger, ja, boarding completed, ja, wir haben gerade keine Crew, die das Gepäck einräumen kann, wir warten jetzt nochmal, vielleicht kommt ja eine Crew. Und dann denkt man sich so, okay, weiter warten, kein Problem. Dann kriegen wir irgendwann die Info, ja, wir konnten leider keine Crew finden, wir werden jetzt, wir wollen jetzt versuchen, sie schnellstmöglich nach Hannover zu finden und sie müssen dann, wenn sie in Hannover sind, an den Lost and Found Schalter, beziehungsweise sie können das auch über unsere Internetadresse machen, über Lost and Found und die ganzen Daten angeben. Dann bin ich in Hannover angekommen, hatte schon wieder kein Gepäck und bis jetzt immer noch nicht. Also, Wie bist du dann nach Hannover gekommen? Ja, auch mit dem Flieger. Also von München dann nach Hannover geflogen und von da halt dann mit der Bahn weiter nach Hause. War halt entspannt, so weil, ja, okay, ich habe kein Gepäck, was ich tragen muss, aber ich hätte halt lieber mein Gepäck irgendwie gehabt jetzt, dass man das schon mal ein paar Sachen irgendwie waschen kann, zum Beispiel den Schwitzanzug von Pauli oder meinen Judo-Anzug oder die ganzen anderen Sachen, die man so voll geschwitzt hat. Aber was ist da, ist der Flug dann einfach nur später gegangen oder was ist? Ja, das ist, wo der musste. Ja, oder seid ihr mit dem anderen Flug dann geflogen? Ne, der ist einfach nur später geflogen. Okay. Also echt deutlich später und das war halt dann so, jetzt bist du schon wieder die ganze Zeit unterwegs und die ganze Zeit so müde und es geht nichts voran. Und dann auch wieder er ist sehr spät angekommen, ne? Ja, genau, ich glaube um, wann war ich da? 17 Uhr, 18 Uhr? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube 18 Uhr hatte ich dir geschrieben irgendwie. Ist auch relativ spät. Also es war hin und her, aber ich muss sagen, das war die erste Reise, die so chaotisch war von mir. Wirklich die erste und wir sind schon echt viel unterwegs gewesen bis jetzt. Ja, aber wie ihr seht, alle Zuhörer und Zuhörer, ja, manchmal, wie Oli O'Kahn gesagt hat, ne? Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Ne? Manchmal läuft es eben nicht so gut und ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung von dem gesamten, ja, Aufenthalt dort gewesen. Aber ich glaube, wir können nach vorne gucken und alles, was passiert wäre und hätte können, ist hätte, hätte Fahrradkette und ich glaube, wir gucken alle jetzt nach vorne und drücken weiterhin die Daumen für die nächste Wettkämpfe und da bin ich auch optimistisch, dass es gut läuft und wie gesagt, ich glaube, um auf das eigentliche Thema wieder zurück einzugehen, jetzt mit mehr und mehr Erfahrung oder, ja, Wettkampfpraxis einfach wieder zurück, hilft das natürlich auch, weil es einfach natürlich immer noch schwierig ist, sich wieder dran zu gewöhnen und es ist ja alles noch ein bisschen, ja, frisch nach dieser Verletzung. Also von daher, wenn euch diese Updates, wie gesagt, gefallen hat und dieser kleine Rückblick, dann lasst uns das gerne unten in den Kommentaren wissen. Ich habe zu Giovanna extra noch geschrieben gehabt, bist du sicher, dass wir sowas machen wollen? Und Giovanna so, ja, auf jeden Fall, ich glaube, das ist gut, das zu wissen und das ist, glaube ich, echt eine coole Sache, dass sie sich dafür bereit erklärt hat und ja, Giovanna, wenn du möchtest, nochmal natürlich das abschließende Wort und dann haben wir es auch schon mit dieser schönen Folge geschafft. Also ich sage ehrlich, ich habe es jetzt auch wirklich ungern eigentlich gedreht, aber ich habe es auch vorgeschlagen, weil ich dachte, es könnte euch interessieren und dass es wirklich auch interessant ist und falls euch solche Updates über die Wettkämpfe, auch wie Luigi schon sagt, falls ihr das echt interessiert, dann sagt einfach Bescheid, dann können wir sowas öfters machen, auch über Trainingslager, wie wir zum Beispiel auch bei Südafrika gemacht haben und ja, genau, lass es uns einfach wissen, Gios Randori, auch auf YouTube und dann machen wir das auch, wenn das schmerzt. Genau und in dem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.